Wir sind heute im Royal Shakespeare Company aus einem besonderen Anlass. Im Geburtsort von Shakespeare wird heute das Buch vom türkischen Journalisten Can Dündar auf die Bühne gestellt. Das Stück heißt We Are Arrested, wie das Buch, also wir sind verhaftet. Und die Künstler hatten eine ganz besondere Perspektive auf dieses Stück. Und zwar, sie haben nicht den türkischen Präsidenten Erdogan im Vordergrund gestellt oder die türkische Politik, sondern eher die menschliche Geschichte. Und zwar die Frage, was tut es mit einem, wenn plötzlich die selbstverständlichen Rechte, die Freiheiten weggenommen werden. Es wird auf jeden Fall ganz spannend heute Abend im Theater. Und wie ich das schon im Theaterbüffet erfahren habe, kommt vielleicht das Stück auch bald nach Deutschland. Dieses Stück heute in England zu spielen ist provokant, weil es hier nicht um Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg geht. Die Geschichte liegt nur drei Jahre zurück und der Präsident, der eine sehr wichtige Rolle im Stück hat, war im vergangenen Monat hier und wurde im Buckingham-Palast von Königin Elisabeth empfangen. Es geht also nicht um ein historisches Stück, sondern um einen Fall, der vor kurzem passiert ist. Auf der Bühne endet die Geschichte mit meiner Freilassung. Ich muss aber daran erinnern, dass 150 weitere Journalisten immer noch im Gefängnis sitzen und die Lage verschlechtert sich von Tag zu Tag. Das Problem ist noch nicht gelöst, wir müssen also etwas tun. Über die Situation in der Türkei zu klagen, reicht nicht, um Solidarität zu zeigen. Es gibt aber viele Sachen, die man tun kann. Wenn du ein Journalist bist, du kannst deine Seiten für die inhaftierten türkischen Journalisten öffnen und ihre Geschichten veröffentlichen. Wenn du ein Verleger bist, kannst du ihre Bücher herausgeben. Wenn du ein Anwalt bist, du könntest in die Türkei reisen und dir ihre Prozesse anschauen. Wenn du ein Politiker bist, kannst du den inhaftierten Präsidentschaftskandidaten besuchen oder ihm einen Brief schreiben. Es gibt also für alle die Möglichkeit, was zu tun. Denn es ist nicht nur deren Problem, es ist auch dein Problem. Es geht hier um eine globale Krankheit und wir müssen auch global dagegen kämpfen. Und es ist nicht nur deren Problem, es ist auch dein Problem. Es ist auch ein Problem, weil es eine globale Krankheit ist. Wir müssen das globalisch kämpfen. Das ist ein Problem. Die Türkei reisein. Die Türkei reisein. Untertitelung des ZDF, 2020